Wenn ein geliebter Mensch von uns geht, ist das nie leicht. Deswegen möchten wir Ihnen in Zeiten der Trauer Beistand leisten. Unser Bestattungshaus Jürgensen und Beerdigungsinstitut Gebrüder Hirschelmann in Schleswig steht Ihnen seit mehr als einem Jahrhundert mit einem offenen Ohr, helfenden Händen und einer tröstenden Schulter rund um die Uhr zur Seite. Wir sind menschlich und individuell für Sie da, um die Trauer zu bewältigen und dem Leben des Verstorbenen ebenso Liebe wie Würde voll zu gedenken. Dafür beraten wir Sie einfühlsam zu den verschiedenen Bestattungsformen wie Erd-, Feuer- oder Seebestattung und planen gemeinsam mit Ihnen eine Trauerfeier, die den Abschied erleichtert und die guten Erinnerungen an das vergangene Leben ehrt. Und wenn die Welt für Sie stehen zu bleiben scheint, möchten wir Sie mit Wärme und Verständnis unterstützen, Ihnen anfallende Formalitäten abnehmen und Ihnen Halt geben. Gerne beraten wir Sie auch zu Lebzeiten, um Angehörige zu entlasten und den letzten Weg gemeinsam mit Ihnen zu gestalten. In unserem Familienunternehmen sind wir mit Herz und Verstand für Sie da und lassen Sie in der Trauer nicht allein.